Viel Hoffnung gibt ins das Osterlicht. Nach der dunkelsten Stunde, die über dich fällt, soll es ein Osterlicht geben, das hell dich bestreut. Nach der dunkelsten Nacht, die es gibt in dein Leben, soll es Licht werden und warm, soll es ein Morgenrot geben. Nach der dunkelsten Zeit, die dir es beschert, sei der Segen vor Ostern dir reichlich gewährt.